Unternehme was und du wirst Erfolg haben, aber wie willst du Erfolg haben, wenn du nicht an dich glaubst? Weißt du, es ist leicht Geld zu verdienen, das Schwierige ist, an sich zu glauben, dass man es tatsächlich schaffen kann. Wie schaffst du es also an dich zu glauben? Indem du täglich etwas tust, indem du die richtigen Gewohnheiten hast. Wenn du dir eine konstante tägliche Routine zuliegst, zum Beispiel eine Morgenroutine, dann wird es deinen Glauben stärken. Du wirst mehr Vertrauen in dein Geschäft haben und du wirst mehr an dich selbst glauben, dass du tatsächlich Geld verdienen kannst. Wenn dir meine Beiträge zur Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung gefallen, dann schau dir auch meine weiteren Videos auf Instagram an, geh auf meinen YouTube-Kanal oder auch auf meine Webseite, wo ich dir meine Methode ein bisschen beschreibe und du direkt ein Gespräch mit mir buchen kannst, dann können wir weiterschauen. Und vergiss nicht, andere Ergebnisse durch andere Aktionen.